Next Nerd Ich bin der Colin, ich bin 22 Jahre alt. Ich studiere Medieninformatik an der TH Köln, jetzt im mittlerweile siebten Semester. Und in meiner Freizeit sitze ich viel vor meinem Rechner, weil ich ein Problem mit League of Legends habe. Ich gucke einfach gerne Anime, ich spiele viele Videospiele. Außerdem kenne ich nicht mehr Themen aus, mit denen viele Leute sich vermutlich nicht so auskennen. Ich könnte vermutlich stundenlang mit Leuten Themen wie Star Wars diskutieren oder welche Programmiersprache mächtiger ist. Von daher bin ich schon ziemlich an Nerd. Ich spiele auch Schach. Mal besser, mal schlechter, wenn man meine Freunde fragt, bin ich glaube ich nicht mehr so gut. Aber ich wollte noch mal darauf hinweisen, dass dieser stylische Hut unbedingt mit muss. Der ist irgendwie mein Markenzeichen mittlerweile und in der Sonne kann der bestimmt nicht schaden, denke ich mal. Aber was ich jetzt auf jeden Fall noch machen werde, ist zu Ende packen und dann noch entspannende Folge Haikyuu schauen oder sowas. Also ich denke mal, dass ich keine Erwartungen speziell und Vorurteile an meine Beauty habe. Aber ich glaube, wenn das jetzt so eine richtige Flachpfeife ist und ich wegen der kein Spiel gewinne, dann habe ich ein Problem. Dann verliere ich nämlich. Und ich mag es nicht zu verlieren. Ein Clip reicht dir nicht. Hier gibt es auf Join die ganze Folge kostenlos für dich. Du hast keine Lust mehr irgendwas zu verpassen? Dann abonniere doch einfach hier ganz easy unseren Kanal. Beauty in the Nerd, jetzt in Thailand. Ich habe Spaß, ich hoffe ihr auch. Klick jetzt einfach hier, um ein weiteres cooles Video anzusehen.